Rutzmann ist back am Stizzle mit einem weiteren Video. Ich bin gerade dabei, Kane-Level bereit zu bekommen. Ich brauche noch einen Kane dafür. Den hoffe ich jetzt zu bekommen, bevor die alle tot sind. Was soll der Mist? Ich habe Kane-Level 3. Oh mein fucking Gott. Ich hätte mir sagen, zu früh gefreut. Ja, Kane-Level 3 bekommen. Leider nicht präsentierbar. Da, Abbruch. Trotzdem Spaß. Ja, ja, der Vorteil ist halt, ich habe jetzt trotzdem meine Eternal Kapsel bekommen. Wie in meinem TFT-Pass. Aber es ist natürlich nicht, dass ich haben wollte. Kann man jetzt machen. Vielleicht kommt dann irgendwann anders nochmal ein Kane-Level 3 Video. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.